Ich bin auf der B 505, Autobahn Richtung Bamberg. Bei Kilometer 6,5 ist der Grolla-Fosche entgegenkommen. Jetzt sehr hohe Geschwindigkeit, ich versuche nochmal einzuholen. Ich habe gewendet, bin jetzt bei Kilometer 10,5 der ganzen Frontferde. Ich habe gewendet, bin jetzt bei Kilometer. So, Abstand, Kilometer 13. Das waren für 50, 57 Erkennzeichen. Beides, Halterkahn, Heinrich-Gustav-Strich, Gustav-Heinrich, 4x die 4. Überholverbot. 15.0. Okay, danke. Jetzt gut, ganz gut. Ja, ich kann. Kein Fäckchen. Untertitelung des ZDF, 2020 Jetzt ist es frei. 10,40 km 18,5 km 19,0 km 19,5 km 19,5 km 19,5 km Das kann mich dann. Vielen Dank.